Leute, heute sind wir in einer freshen neuen Folge Among Us. Wir spielen hier die neue, 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 neue Map. Wir müssen hier diesen Code eingeben. Verdammt, äh, 2, 1, nee, 2, 1, hä? Ich geb grad nix ein. What the heck? Hä? Äh, 5, 6, 3, 3, 7. Okay, aber das Office ist nicht aktiv. Okay, das ist komisch. Was ist das hier? Ah, das ist ein Vent. Wir sind übrigens Imposter mit Candy, Alter. So, zack. Wir rutschen hier runter, weil es gibt hier auch scheinbar Seilrutschen. So, und wir machen uns mal ready für den nächsten Kill. Hier oben ist, glaub ich, relativ clean. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier irgendwie die Aufgaben auch richtig mache. Ja, wir tun mal so, als würden wir den Müll rausbringen. So, zack, alles easy, easy. Und dann, hm, hier mal gucken. Kann ich hier so außenrum? Nee, kann ich nicht. Schade, Marmelade. Wir gehen mal weiter in die Küche. Hier haben wir nix zu tun. Aber hier könnten wir jemanden killen. Aber hier ist keiner. Wir tun mal so, als würden wir Fische und Dings. Nee, kein Bock mehr. So. Hier kann man nämlich Fische angeln. Da ist Lisa. Ich geh jetzt hier mal weiter runter. Ich hab was herausgefunden, Leute. Was denn? Es gibt Kameras. Es gibt Kameras. Und die sind sogar viel stärker als aufs Geld. Und ich hab mit dieser Kamera noch was halt beobachtet. Candy hat eine Task gefakt. Was redest du? Ich bin grad beim Labor gewesen. Du bist zum Labor gegangen, hast dort die Wasser-Bottle-Bottle-Lol-Task gemacht. Und die, und da musst du das Wasser umfüllen. Die dauert so. Ich hab da gar keine Task gemacht. Die dauert, ja eben. Du bist da hingelaufen. Ich bin zum Labor, weil ich gucken wollte, ob jemand down ist. Nee, du bist gezielt zu dieser Water-Bottle gelaufen. Du hast die angeguckt. Dann standest du da, dann standest du da eine Sekunde und bist dann zurückgelaufen. Boah, okay, wenn dir das ausreicht, dass jemand eine Sekunde eben nicht steht, dann... Nee, 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 ich wote dich jetzt nicht. Ich hab's nur beobachtet. Hä, ist ja übelst random. Also ich bin vollkommen überzeugt. Ja. Ich hab doch nur beschrieben, was ich gesehen habe. Ich sag doch nicht, dass du gewohntet werden sollst. Ohne Sekunde rum. Ja, an der Task aber. An der Task? Eine Sekunde. Ich hab doch geguckt. Ja, lass doch mal die Bottle aus dem Spiel. Kennst du nicht Minecraft Bottle? Das geklaut... Ey, 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 ey. Ganz ruhig. Ey, ey, ey. Mennst du die Gießkanne? Nee, diese... Es gibt auch diese Wasserflaschen-Task. Oh ja, dann den weiß ich. Diese 10-Liter-Flaschen-Task. Ich hab original eine Aufgabe gemacht mit Fabi zusammen. Das war dieses Gewichteheben. Und dann waren KOMS. Es gibt eine Gewichtheben-Aufgabe. Und dann war ich... Kreativ, kreativ, kreativ. Da geh ich gar nicht drauf ein, Leute. Also was für ein Schwachsinn. Ich werd jetzt 10 Minuten in diesem Fernglas kämpfen. Ja, so ein Stock musste ich aufheben. Auch noch super. Ey. Ich sag aber ehrlich, dieses Fernglas-Ding ist noch viel stärker, weil du kannst halt Leute verfolgen damit und so. Das ist komplett okay. Easy, alles gut bei dir? Ja. Weil ich irgendwo eine Sekunde stand! Du bist da nicht mal ansatzweise rausgewartet. Ich werd euch alle killen. Okay, Leute. Das Problem ist, wir müssen jetzt leider relativ gut die Sachen hier faken. Das Problem ist, die Wamp ist so null. Ich hab gar keinen Plan, wie man das hier faked. Ich hab noch nicht mal einen Plan, wie ich hier reinkomme. Hä? Ah, okay. Da ist ein Pilz. Der macht scheinbar unsichtbar, wenn man da raufsteppt. Und hier ist ein Van. Und da vitale Werte. Alle noch im Leben. Okay, check ich nicht. Check ich ehrlich nicht. So, dann gehen wir mal weiter. Ich glaub, Candy verfolgt uns tatsächlich. Aber wir können ja auch mit einem Fernglas tatsächlich verfolgt werden. Hier, diese Pilze. Da kann man raufsteppen und dann sieht einen keiner. Ist irgendwie cool. Ist irgendwie sehr, sehr cool. So. Dann klettern wir mal hier hoch. Ich hab meine Katze übrigens auf dem Kopf. Guck mal, Leute. Ich hab Pfeif dabei. Ich kann sogar Pfeif streicheln. Hebe. Oh, der legt sich so. Schlafen. Das war echt süß. So. Zack. So, die klären dann aber weiter hier hoch. Ich hab Candy gesehen. Mein Gott, Bro, ne? Das reicht mir. Aber wo? Das reicht mir überzeugt. Candy hatte dich doch an dem. Easy ist umgefallen und Candy ist davon weggelaufen. Bro, das ist doch so cap. Okay. Ja, der hat auch eine Task gefakt. Abfahrt. Ey, ich wollte mich selber. Ich wollte mich selber. Ich stand eine Sekunde und jetzt hab ich easy. Ich wollte mich einfach selber easy. Ich hab eine wichtige Info. Ab aufs Hof mit dir, Junge. Ich hab einen Fisch geangelt. Das sah aus wie Ben. Hä? Ich hab's Ihnen auch gesagt. Bruder, ich hab noch nie so viele Bones gesehen. Danke, dass ihr mir glaubt. Verbrechen. So, jetzt geh ich mal wieder hier da. Dieses Dingens da. Dieses zu Communications. Weil ich bin grad eben auch nach oben gegangen. Da wär das jetzt gut, wenn ich da jetzt nicht nochmal hingehen würde. Hier oben ist, glaub ich, so eine Task. Oder? Ich check das nicht, ehrlich gesagt. Naja, egal. So. Dann gehen wir wieder runter. Zack. Gehen wir nochmal runter. Zack. Und dann geht's hier, glaub ich, nochmal runter. Zack. So. Geht's weiter. Da ist leider Lisa. Okay. So. Da muss man einfach, glaub ich, nur drei Knöpfe drücken. Okay, jetzt kann ich endlich wieder jemanden killen. Das ist sehr gut. Bis, Spencer. Wollen, wollen. Gehen wir mal hier runter. Und dann geh ich da wieder hoch, glaub ich. Und dann kill ich mal ihn hier. Dann geh ich einfach mal weiter. Oh ja. Schön, schön, schön. Sehr gut. Wohin muss ich denn da? Ah, dann muss man irgendwie nach unten zum Reaktor, ne? Okay, haben sie gesaved. So. Ja, dann lohnt sich das ja auch schon nicht mehr. Oh, die Pilze sind zugegangen. Ich will das wieder auf. Vier, fünf, sechs. Ah, dann geht das hier also auf. Cool. Hier. Zeig dir, wie das geht. Ja, bam, bam, bam. Bam, bam. Ja, keine Ahnung. Da kann ich mich doch irgendwie saven, dass ich einfach die Türen eröffne für die Leute. In Not. Leute, ich hab was gesehen. Und zwar, dass es blottot ist. An dem Dings, im Labor. An den Lifelines, ja. Ich hab nichts gesehen, du. Machen diese Pilze, diese Pilze, wo man drauf tritt, die dann so explodieren, die machen aber nix, ne? Ne, die machen unsichtbar. Glaub ich. Wo war die, ach, wissen wir nicht, ne? Verdammt. Ich hab mit Flausch, äh, mit Flausch, äh schon, mit Fabi den Reaktor gemacht. Ich hab irgendwann, also, ich hab relativ am Anfang, hab ich Elina gesehen, da waren wir oben. Und ich häng zwischendurch irgendwo mal, hab ich auch kurz Fabi gesehen. Ich hab dich gesehen, du bist in so einen Pilz gelaufen am Treibhaus. Ja, ey. Ich hab auch Ben gesehen, da war auch ein Treibhaus, da bin ich gerade zu Labor. Ich bin jetzt gerade an meiner letzten Task bei Dropship, ganz oben. Wir haben echt schon viele Aufgaben und es gibt ja, denke ich mal, nur noch eine im Poster. Also, wir haben jetzt eigentlich auch keine Eile. Einfach schnell Aufgaben machen, zack, zack, zack. Gamo, hast du auch dieses Spitzhacken-Ding da gehabt? Ja, ja, da musste man mit Vollkarroch reinhauen. Ja, ich weiß nix. Ich hab mich mit den Pilzen beschäftigt, hauptsächlich. Was ist das für eine Sabotage, dass man die Farben wechselt? Das ist auch krass, ne? Das ist dieser Pilz, da unten, in der Karte. Also, bei dem immer was ist, was ist das für 14? Ich war schon zweimal im Poster, ja. Und der zweimal ist, kann auch dreimal sein. Okay, Leute, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren so langsam mal, weil die sind schon echt gut mit den Aufgaben und so. Und jetzt werde ich so langsam ein bisschen nervös, so mäßig. So, hier oben war doch diese eine Aufgabe, wo man diese Frisbee so werfen konnte. Ne, die war gar nicht da oben. Warte, da hab ich mich verguckt. Dann müsste das hier unten gewesen sein. Hier war die doch, oder? Ja, das war die Frisbee. So, zack, werfen, fertig. Okay, jetzt sabotieren wir mal. Äh, wir sabotieren mal Reaktor. Oh, ich glaube, ich geh den Weg. So, zack. Und dann hier hoch. Bam. So, zehn Sekunden noch Zeit für den Kill. Nicht mehr so viel. Okay, die haben's gefixt. Schade. So, die sind hier unten, da ist alles gut. Dann geh ich hier nochmal zu dem Pilz. Bin ich hier versteckt. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Shit, shit, shit. Irgendwas ist... Oh, okay. Eine andere... Oh, Candy saved uns hier. From the back, Alter. Scheiße, aber jetzt kommt Lisa dahin. Und ich weiß... Oh, jetzt kommt noch ein Flauschi dahin. Oh, ich glaube... Ah, okay. Ich glaube, die wissen nicht, wer das war, weil die Dings gewechselt hat. Oh, shit, Leute. Oh, shit, das ist echt schwer. Ich habe aber noch 20 Minuten Zeit. Äh, 20 Sekunden. Oh, ich muss unbedingt killen. Oh, ich muss hier, glaube ich, in die... Ich muss hier angeln. Ich gehe jetzt einfach angeln. So. Oh, ja, okay. Da kann man schon mal loslaufen. So, zack, 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 zack. Jetzt muss ich aber schnell laufen. Weil hier unten sind wahrscheinlich die meisten. So. Hier ist dann auch noch dieser Pilz. Dann gehe ich hier so unten lang, damit ich halt möglichst nicht sehe. So, zack, 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 zack. Alarm. Oh. Izzy ist rausgeflogen. Aber die war ja eh tot. Ja, ja, weil jetzt sind die Aufgaben runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob man jetzt noch die Aufgaben schaffen kann, ehrlich gesagt. Ich habe eine Frage. Also, ich habe noch zwei Aufgaben. Izzy hatte alle fertig. Ja, ja, aber der Balken ist zurückgegangen. Ach so, weil sie alle fertig hatte. Ja, 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 okay, 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 okay. Ich habe eine Frage. Gerade eben, als diese Sabotage mit dem Farbentausch war, wer war da Communication oben? Ich war oben irgendwo. Und irgendjemand ist da die Leiter hochgegangen. Ich bin da Leiter hoch und runter auch gegangen. Aber das war, glaube ich, ein Ticken danach erst. Ja, ja, aber wo bist du danach hingegangen? Ich habe dich danach gesucht. Ich bin zum, warte mal, ich habe Reaktortask gemacht. Dann bin ich hochgegangen. Dann habe ich so eine Task auf so halber Stufe gemacht, zwischen Communications und unten. Dann bin ich wieder, dann bin ich hochgegangen, habe bei Communications eine Task gemacht. Dann war Reaktor, dann bin ich wieder runtergegangen. Dann wurde der Reaktor behoben. Dann bin ich wieder hochgegangen, weil ich mit Zipline zu Lager rüber wollte, um da die Task zu machen. Alles klar. Nee, ich hatte nämlich... Okay, pass auch immer. Ich habe nur mal kurz die Befürchtung gehabt, dass Flauschi dich weggemacht hat, weil ich dich nicht mehr gefunden habe. Und dann habe ich da die ganze Zeit die Ecken abgesucht. Wer hat denn den Reaktor behoben gerade? Ich und ich. Also ich habe es kein einziges Mal gemacht, weil ich jedes Mal über 80 hin und her renne, weil ich nicht weiß, wie ich dahin bin. Ich hoffe, Daniel. Erstmal hatte ich es mit Fabi gemacht, da habe ich die Task erst nicht geklärt. Aber wer hat denn von den Aufgaben hier so... Also wir empfehlen jetzt hier noch so viele Aufgaben. Ich bin fertig. Ich bin schon lange. Ich habe noch zwei. Wir hoffen mal, dass jetzt kein Toter uns hier reinreißt. Du musst dich halt ein bisschen beeilen, gell? Ja, mir fehlen nur noch zwei. Das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Die habe ich im Lager. Wer mir zugucken will, kommt zum Lager. Okay. Wo ist Lager? Ich tasse Lisa einfach so. Lass einfach mal aus Speis Lisa warten. Vielleicht stimmt es ja. Ach, danke, gell? Fühlig, fühlig, fühlig. Ich habe Candy... Okay, ah man, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Riesenproblem, Alter. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir müssen nämlich irgendwie sabotieren. Oh shit. Ah man, das war so dumm, dass ich das gemacht habe. Aber ich wusste nicht, was es bringt. Ich versuche einfach zu wenden. So. Zack. Okay, wir müssen ein bisschen chillen, glaube ich. Wir müssen... Ah man, wo hatte der das nochmal? Im Lager oder so? Der ist gleich fertig. Ich bin zu langsam, Leute. Aber ich kann halt auch nicht killen gerade. So, zack, hoch. So, zack, hoch. Und den Nächsten, den killen, weil der uns hier vor die Flinte läuft. Zack. Runter. 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 Scheiße, ich hätte erst mal gucken sollen, ob da jemand rumsteht. Ich habe es nicht geschafft. Elina, das tut mir echt leid. Ja, das kann nur Elina gewesen sein. Weil ich vorgelaufen bin und Lisa und Flausche hinter mir waren. Scheiße. Ich stand sogar auf Gambo drauf. Ich verstehe nicht, warum ich dich nicht gesehen habe. Ey, weil du, glaube ich, unsichtbar warst wegen einem Pilz oder so. Kann das sein? Nee, ich glaube, da war kein Pilz. Ich habe sie auch nicht gesehen. Und ich dachte mir, kacke, ey. Angelina. Ihre. Angelina. Und wer war der andere? Klären die. Ja. Super. Ich war nie. Und ich find mir auch nicht gesehen, dass ich mich nicht sehen habe. Bis zum nächsten Mal.